Oh, perfekt. Weiter geht's. Hallo, Julian. Oh, da krieg ich Fahrenheit-Flashbacks. Nicht gut. Trophäe, ja. Julian ist schon befriedigt. Einfach mal eine Brille aufsetzen. Diese Brille. Männlich. Muss aber wieder gehen. Viel Spaß. Okay. Aber du hast deine Trophäe gesehen. Befriedigung ist gegeben. Okay, die Brille ist so cool, dass ich sogar irgendwelche Minigames spielen kann. Warum auch nicht? 21.107 Pflege. Der Typ sah ein bisschen aus wie der aus Fahrenheit. Ich bin schön mit dem Trophäe, wenn du so, keine Ahnung, 99.000 oder so. Aber die hört noch so. Englisch ausgesprochen. Ich finde, dafür verdient er nur ein deutsches ausgesprochen. Wir machen noch bis 20, würde ich sagen. Eine schöne Zahl. Ich schüttel einfach den ganzen Tag mit dem Controller. Oh, oder so. Ich bin aus, Charlene. Ich bin aus, Charlene. Ich schaue die Nachrichten später. Ich kannsache alle Anrufe für diese Nacht. Okay. Oh, Captain. Agent Norman Jayden von der FBI ist hier. Jayden, natürlich. Wir haben dich erwartet. Ich bin ein bisschen in der Zeit. Ich bin ein bisschen in der Zeit, aber wir können, wie wir gehen. Ja, natürlich. Ich wollte mich vorstellen, bevor wir angefangen, aber vielleicht ist es ein besseres Zeit. Nein, nein, nein. Jetzt ist gut. Ich habe nur noch die Pressekonferenz. Ich bin ein paar Tage. Glaubst du mir, es ist nicht einfach, etwas zu erzählen. Das ist nicht für das Lado. Eigentlich, heute haben wir ein paar Nachrichten. Hast du den Lieutenant Blake Kess? Ja, wir haben uns heute Morgen. Er hat seine eigenen Methoden, aber er ist ein guter Kopp. Ich bin sicher, dass du ihn holst. Warum mache ich ihm jetzt gerade die Krawatte? Entschuldigung. Ich mache die Vorgabe. Vielleicht jetzt letzter Versuch gerade. Ach guck mal geht doch. Oh ist das eine dumme Aufgabe. Warum soll ich das überhaupt machen? Oh go see Charlene and she'll show you to your office to check in on the press conference if you're interested it'll give you an idea of the political climate around here. Thank you Sir. Welcome to the club Jayden. Wild. Ok wer von euch ist Charlene? Hmmmm. Da brauchen wir einen Slalom hier. Warum nicht? Hmmmm. Sie wahrscheinlich. Kann ich hier doch irgendwas interessantes finden? Vermutlich nicht. Huch. Was war das gerade Uhr? Nice watch. Oh, it's the present we offer to our new lieutenants. We bought the same model each year for the past 20 years for each promotion. It optimizes everybody's time and it's the kind of thing that always goes down well. Du kannst uns an unsere Fund, wenn du möchtest. Wir sind immer noch ein paar Dollar kurz. Büro des Jahres. Das Gedanken lesen. Ach ja. Nett hier. Okay, Zeit um zu arbeiten. Wow. Mehr als ein großer Kappert. Ich will dir gerne in meiner Schrankwand einziehen. Kein Zeit um zu verlieren. Ich muss nach arbeiten gehen. Erst analysieren die Fälle. Okay. Das ist mal ganz wichtig. Cool sein. Step one. Change the office. Two. Hä? Ach so, das sind die verschiedenen Hinweise, ne? Das ist bescheuert. Ach ne, das ist... Wild. Äh... Was passiert hier gerade? Kann mir jetzt alle angucken hier. Hm. Hm. Das ist interessant. Äh... Das ist interessant. Äh... Das ist interessant. Das ist interessant. Ich komm, dich zu leben. Ich komm, dich zu leben. Ich vermute das nicht. Es sind das 4 Jahre lang. Die Bunker Jahre zu have. Allmögen. Das sind 9 und 13. Das nicht so schlimm, dass du so schlimm. Die sind uns aus dem Publikum. in broad daylight no one notices anything bodies found three to five days later drowned in rainwater always the same ritual an origami in the hand an orchid on the chest the victims have always been dead for less than six hours when they were found which means they remained alive for several days before being drowned over three thousand five hundred people questioned over one hundred suspects interrogated not a single lead to go on as I didn't hear an amnesty and the killer is white age between 30 and 45 he is intelligent calm and determined an organized type he has a car he's probably employed but his work allows him free time hmm there is always a railroad line adjacent to where the bodies are found and all the victims disappeared in the fall the killer has a large comfort zone he gained confidence rapidly moved away from his base now this won't make the geo profiling any easier hmm 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 Du bist hart hinter mir. Was auch immer du sagst. Geh auf. Du hast eine Arigami-Store in der Stadt. Hm, eine gewisse Spezies. Das hilft nicht viel zu helfen. Die Archid ist eine gewisse Spezies. Sie kann in irgendeiner Farbe gefunden werden. Schön. So, eine Umgebung wird dann wahrscheinlich auch wieder das sein. Ja. Hm. Gut. Dann kann ich hier raus. Hat der die Fahrenheit Anfälle? Ja. Ich muss etwas nehmen. Ich werde sterben, wenn ich resiste. Das ist okay. Ich weiß, dass ich es machen kann. Ich weiß, dass ich es machen kann. Ich weiß, dass ich es machen kann. Drogen. Drogen. Drogen ist kein Brokkoli. Drogen. Drogen. Ich weiß, es ist ein. Der Gerät ist nicht nervös. Also, wir sollen das werden. Drogen. Also, hier. Einen. Das ist das Leutnant Blake, Herr Marshal. please tell him what happened it was this afternoon i went to the park with my son sean we played together for a while and then he wanted to go on the carousel so i put him on one of the wooden horses and when i turned back sean disappeared exactly what time did you arrive at the park try to remember exactly mr mars every detail can be important deswegen sollte er auf die uhr gucken es war 16 uhr irgendwas ich glaube 16 15 yeah that's it for 15 i remember exactly because i looked at the clock in the park when we arrived what was your son wearing when he disappeared äh scheiße weiß nicht mehr ich glaub wei bei ge... naa ein schwarzer schwarzer vollidiot und ein kleines schwarzer 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 ich sehe nicht was ich drücken kann i... i can't remember exactly... it all happened so fast you say you took your son to the park after school but you didn't report him missing until 8.15 why did it take you so long to contact the police panik i don't know i panicked i didn't know what to do all right that's all the questions i have for now you're free to go mr mars we'll continue to look for sean overnight we'll contact you if we have any more questions do... do you think the origami killer listen your son's probably just run off and i'll turn up in a couple of hours but what if it is the origami killer yeah well then we have about four days to find him alive hmm hmm did they find something no nothing yet but they're gonna keep looking through the night do they do they think it's the origami killer it's still too early to say but it is a possibility what happened ethan how could you lose sean like that you should never have taken your eyes off him i mean for god's sake how hard is it to keep your eye on a child in the park why did you leave him ethan why wasn't it enough losing jason i'm sorry that's not what i meant to say i miss him so much hmm hmm what should i have been talking about how are you doing った you yes it Ähöhöhöhö Keine Trophäe für diese Inkompetenz Das ist so, gar nicht realisiert, dass das schon der Fall ist. Neue Folge? Ja. Passt tatsächlich ganz gut. War das jetzt die fünfte? Ich glaube, ne? Ich glaube fünf. Ich guck mal nochmal nach, aber ich glaube zwei Stück haben wir noch. Biese zum nächsten Mal!